Meinetwegen Kannst du versuchen, mich mit neunzigtausend düsen Flugzeugen von mir wegzubekern? Ich werd den Töffel tun, ich zieh die Jacke aus und nimm mich lässig an die Wand. Vor meiner Tür blüht eine Wiese aus Mittelfingern, doch ich lach mir in die Faust und lasse endlich wieder Licht ins Zimmer. Hey, 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 uh, es geht immer, es geht immer irgendwie, yeah. Hinter dem Burnout liegt das Paradies. Ich hab's gesehen, es ist schöner als Paris. Ich hab' ne Dreizimmerwohnung umsonst am Rand der Galaxie, yeah. Ohne Vertrag, ohne Telefon, ohne Büro und ohne Miete. Nur ein Garten mit blauen Bäumen, unter dem sich Leute lieben. Der Schlaf auf dem Land ist abgebrannt, hier ist es eh viel netter. Keine Kalorien, kein Sohn brennt, alles bio, alles besser. Hinter dem Burnout liegt das Paradies. Ich hab's gesehen, es ist schöner als Paris. Ich hab ne Dreizimmerwohnung umsonst am Rande der Galaxie, yeah. Vor meiner Tür blüht eine Wiese aus Mittelfingern. Und ich lach' mir in die Faust und lass' endlich wieder Licht ins Zimmer. Hey, hey, uh, es geht immer, es geht immer irgendwie, yeah. Hinter dem Burnout liegt das Paradies. Ich hab's gesehen, es ist schöner als Paris. Ich hab ne Dreizimmerwohnung umsonst am Rande der Galaxie, yeah. Hinter dem Burnout liegt das Paradies. Ich hab's gesehen, es ist schöner als Paris. Ich hab ne Dreizimmerwohnung umsonst am Rande der Galaxie, yeah. Ich hab's gesehen, es ist schöner als Paris. Ja. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020